Hello, hello, mein Name ist Deborah Fleischmann und in dieser Folge spreche ich darüber, warum du dir alles kaputt denkst. Beziehungsweise, eigentlich werde ich gar nicht viele Worte verlieren, sondern nur eine Geschichte vorlesen, die ich schon in einer meiner YouTube-Folgen erwähnt hatte, aber ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, in welcher. Und ich finde die so gut, dass ich dachte, ich werde ihr eine kleine Folge extra widmen. Sie stammt vom österreichischen Philosophen, Psychotherapeuten und Kommunikationswissenschaftler Paul Watzlawick und die Geschichte nennt sich einfach die Geschichte mit dem Hammer. Aber vielleicht war die Eile nur vorgeschützt und er hat etwas gegen mich. Und was? Ich habe ihm nichts angetan. Der bildet sich etwas ein. Wenn jemand von mir ein Werkzeug borgen wollte, ich gäbe es ihm sofort. Und warum er nicht? Wie kann man einem Mitmenschen einen so einfachen Gefallen abschlagen? Leute wie dieser Kerl vergiften einem das Leben. Und dann bildet er sich noch ein, ich sei auf ihn angewiesen, bloß weil er einen Hammer hat. Jetzt reicht es mir wirklich. Und so stürmt er hinüber, läutet, der Nachbar öffnet, doch noch bevor er guten Tag sagen kann, schreit ihn unser Mann an. Behalten Sie Ihren Hammer, Sie Rüpel. Diese Geschichte veranschaulicht ganz gut, wie wir uns Dinge kaputt denken können und wie wir durch unsere Gedanken gewisse selbsterfüllende Prophezeiungen einleiten. Also in dem Beispiel, der Mann will sich etwas leihen, denkt dann aber negativ über den Nachbarn, begegnet ihm sehr aggressiv und unfreundlich und rennt dann davon. Wenn er jetzt da bleiben würde, könnte er eventuell die Erfahrung machen, dass dann der Nachbar auch wütend reagiert, weil er sich denkt, warum klingelt der und schreit mich an, was stimmt mit dem nicht? Und dann kriegt er tatsächlich das, was er erwartet hat. Also letztlich liegt die gesamte Realität an unserer inneren Realität, die eben der Äußeren vorausgeht. Das bedeutet konkret, dass wenn du bessere Erfahrungen haben willst in deinem Leben, wenn du deine Lebensqualität steigern willst, dann musst du bessere Gedanken haben. Denn mit besseren Gedanken hast du bessere Erwartungen und diese erfüllen sich dann langfristig. Natürlich heißt das nicht, dass wenn du jetzt sofort positiv denkst, gleich irgendwas Positives geschieht. Es muss eine Grundstimmung, eine Grundhaltung gegenüber dem Leben sein, die positiv ist, stets zuversichtlich und immer das Beste hofft. Langfristig, nicht nur kurz und dieses ich will was haben und jetzt sofort und ich möchte, sondern du vertraust dem Leben und denkst dir immer, egal was geschieht, es ist zu meinem Besten. Und wenn mir der Nachbar den Hammer nicht leiht, dann eben jemand anderes, aber wozu überhaupt einen Gedanken darüber verschwenden, ob er ihn mir leiht oder nicht? Du gehst einfach hin und probierst dein Glück und wenn es nicht klappt, dann versuchst du es woanders. Und so, denke ich, kommen wir im Leben am besten voran. Mit einer heiteren Gelassenheit, mit einer positiven Grundstimmung und vor allem, indem wir uns selbst mögen. Denn wenn wir uns selbst nicht mögen und mit uns selbst nicht klarkommen, dann kommen wir auch mit anderen Menschen nicht klar. Das ist, denke ich, naheliegend. In diesem Sinne, viel Erfolg beim Bildaufhängen. Keep it in the Villa. Ciao.